Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Gemeinschafts-Let's Play am Heiligabend, nicht Heiligabend, an Silvester. Genau Silvester heißt das Fest. Das Fest der Freude und Explosion. Ja, jetzt werden wir erstmal an der Karriere starten. In diesem unglaublich, ach zum Anfang, wir spielen Biathlon 2004. Ein unglaublich tolles und episches Game mit einer unglaublich erhabenen Grafik im Jahre 2010-2011. So, nun werden wir erstmal uns einen Spieler machen. Wir nennen ihn Hodensack. Oder Horst? Nein, Hoden und dann mit Nachname Sack. Leertaste? Ne, Leertaste und dann Sack. Schön. So, was nehmen wir denn für Näger? Was sind denn alles für fette Säule schon leer? Ey, der hat mein letztes Mal auf. Ja, nehmen wir den Fettsack. Okay. Jüdigkeit. Dann, ähm. Hier, der muss herzfrequenz Kondition aufgeben. Kondition braucht ihr auf jeden Fall volle Möhre, sonst kotzt der uns wieder auf den Boden. Wie letztes Mal auch, ja, das war voll schlimm. So, herzfrequenz. Kraft braucht der nicht! Äh, oder obwohl, ja, schiebt die mal beide so. So. Genau. So, hat er sonst noch. So, kampfgeist und Konzentration machen wir hoch. Cooles Brauchgrund, weil ich unser Essen. So ein Fatara gibt ein bisschen. Schießen. Laufen. Gib dir mal. Schießen. Und kurven. Ja, mach mal ein bisschen laufen runter, dann auch noch kurven. Und dann gib dir, mach mal beides ein bisschen runter und dann gehst du dir noch ein bisschen schießen. Hat doch nicht so viel. Ja, so. So, dann noch weiter. Oh ja. So, Trainingslager direkt weggegeben. Haben wir noch gar kein Geld, wie soll wir den Trainingslager machen? Ey. Ich habe unsere Bonussen nicht verteilt. Egal, wir werden jetzt starben. Äh, willst du noch die Trainingslager? Nee, 20 Minuten. So. Du musst das jetzt in den Platz einnehmen. Warum muss ich das tun? Ja, okay, natürlich. Wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Du musst W irgendwie drücken? Oder gedrückt, Hand oder Doppel ganz oft drücken? Ich weiß es doch nicht. Das Spiel ist so scheiße. Es hat ja noch nicht mal eine Anleitung, wie es überhaupt zu steuern ist. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. W, W musst du drücken. Naja, guck mal. Irgendwo hier in der Nähe ist der Weihnachtsmann zu Hause in den finnischen Wäldern. Irgendwo hier in der Nähe von Kontjolachti. Herzlich willkommen zum Viatlonauftakt. Oh, wie geht das? Ich glaube, wenn du so machst, dann bist du noch anders, ne? Ja. Ne, du brauchst gar nichts drücken. Der macht das automatisch, Alter. Das guckt. Nice. Ja, sicher. Du musst nur lenken. Lenken rechts mit den Falltassen. Ah, was für eine Kurve. David, der wird zwei Weichen strampelt. Guck mal. David, du, Lütcher. Das war ein bisschen da links, ey. Boah. Versagei. Zu neul, ne? Zu blöd, das Spiel zu lenken. Das muss wohl ein Irrtum sein. Ein Stück einfach nur geradeaus. Na bitte, es geht doch. Warum erst diese Quälerei? Mach mal ein bisschen weniger Klapp. Klappenrand voll mit Wasser. Nicht einfach. Ohne Schwimmweste. Äh, äh. 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 Das kommt der Rhythmus. Scheinbar schwerelos geleitet. Ja, schwebt er fast über die Strecke. Ja, scheiße tut der. Wie ein Klotz. Geht er den Berg hoch. Rechte. Auch werde ich etwas zu dem Spiel erzählen. Endlich mal ein Traum. Oh, Junge. Die Menschen konnten sich in diesem Spiel keine Farbe leisten außer diese unglaublich toll modellierten Badestrampler. Auch werden hier Werbung gemacht für Kurios und der Ubisoft Berg. Ne? Herrlich, der Blick von hier oben. Schade. Links sehen wir an die kleine Kase. Boah, jetzt gedacht. Boah. Ich weiß nicht. Vielleicht kommt der hier. Es schüttelt wie aus einem und dennoch die Strecke in einwandfreiem Zustand. Was hat der Coach gesagt? Schön locker bleiben am Hang. Der Coach hat gar nichts gesagt. Der Coach sagt nur, oh, 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 oh. Das sagt der Coach. Boah, äh, bitte. Vor dem Schießen in der Spitzengruppe. Mal sehen, wie es hinterher ausschaut. Wir machen aber weniger Kraft jetzt hier auf der Grabe. Ja, das ist eh scheißegal. Da machen wir ganz wenig Kraft nur. Wir müssen Kraft sparen. Guck mal, wie langsam wäre es jetzt? Ja, ja. Er soll nicht das viel Kraft mehr benutzen. Gute Ding haben wir hier noch Kondition. Ja, oah. Gerecht. Ich bin mal nachleihen. Ja. Före. 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 Das Ding war schiefvoll. Före. Före. Da wird das... Das schwarze Wald verfehlt. Hoch. Der hat voll hoch, ey. Tja da, mit deine langjährige Ego-Shooter-Erfahrung hat dir an dieser Situation nichts gebracht. Fünft Schüsse, alle sind neben fünf Strafrunden. Die Strafrunden. Die Straffe. ist hart 5 strafe und die strafe ist hart halt die müssen auch strafen aber da war ja geil da fand ich jetzt entschuldige schön wo er auch den Namen trinkt ich hab zwar zweifel dass ich jetzt nicht in den fahren muss boah guck mal wie da geht ja eben der gewinnfall guck mal also der eine Musse fällt auch schon jetzt in der Kurve so oft wie David da hängt das wieder am Tisch dran nein ja quatsch Tisch im Zaun auch werde ich in dieser Situation gerade mal dieses wunderbar modigierte Auto zeigen würde ich nochmal sagen wenn es denn im Bild kommt jetzt schauen sie bitte auf der rechten Seite dieses verbuggte Haus und dann auch noch dieses nett animierte Ding hier ist mal völlig strafen ich höre... ich höre... jöre... ich höre... boah dieses Haus hat es backt so ne ach... ich gedacht so noch steiflich Der letzte muss auch Schraubrunden fahren, weil er so schlecht ist. Deine Kondition ist gleich auch schon wieder im Sack. Ja was? Die ganze Helle hat mich jetzt mal überholt. Die Platz darf jetzt. Na cool, die kommen schon wieder ins Ziel, ey. Die sind doch nicht mehr weg davon. Ja, guck doch, die hier. Ja, ich soll doch mal überholt. Lässt du keine Kondition doch wieder auf? Nein. Eben nicht. Das ist halt die Scheiße. Wie viel rund müssen wir überhaupt? Wasserstraßen, wohin man schaut. Gut, dass sie für alle da sind. Boah, kann der Sprecher mal die Fresse halten. Schön, dass es Straßen gibt, wo alle langfahren dürfen. Technik in Rheinkultur. Wo sieht der Technik in Rheinkultur? Ich sehe nur verpixelte und verschissen Animationen. Ja. Jahre 2004. War das nicht auch schon nach dem Jahr von Crysis? Ja. 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 Du musst ja auch etwas Kraft anwenden. Aber nicht so viel. Mach dich voll im Kopf. Mach ein bisschen mehr. Genau so. Es regnet seit Stunden, man könnte sich was schöneres vorstellen. Hört ihr den Sound? Das hört sich an, als ob da irgendwie einer in so einer nassen Fotze oder irgendwie mit so einem Lappen durch dem Wasser geht oder so. Weiß ich, das wasser. villains Haier mal. Haier mal. Jetzt, jetzt, jetzt hören wir es nicht mehr. Weil natürlich kommt dieses hier unser cooler Kult. Äh und die lage scheint fast aussichtslos jetzt aber nicht aufgeben nochmal klasse schießen dann ist noch einiges möglich Links! Ich glaube links musst du schießen. Sicher versau's bitte nicht. Sauber! Daneben! Daneben! Sauber! Perfekt! Zwei Strafrunden nur. Tja David, deine langjährige Ego-Schwute-Erfahrung bringt dir da gar nicht. Zwei Fehler, das heißt, zwei Strafrunden! Ist euch mal aufgefangen, was unsere eigentlich für eine beschissene Kappe auf dem Kopf hat? Wissen wir uns da? Genau. Ich denke ich habe keine Position mehr. Pass auf! Der ist verlagd aus! Da 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 da! Boah ey! da war es gleich vorbei wird schluss das gleich schluss mit lustig gleich kotzt der jetzt noch mal ein tolles schießen und der letzte platz muss nicht der letzte bleiben wir haben in seiner schönsten form besser geht's nicht der sprecher doch eigentlich mal die fresser der keine ahnung was er da sagt jetzt kommt man ja deine kondition mit das sieht wirklich nicht mehr locker aus schwer ist der schritt geworden mühsam schade drum ja schwer zu denken heute ständige wenn wir sagen am arbeit der ein oder andere auch was besseres mit dem tag anfangen hoffentlich sind das auch nur drei runden jetzt sind wir gefestert ich darf ja ein meter vom zieh kotzen so wie ich letztens das ist du nicht so david runter mit den dingens guckst du dir an wie rasant das geht das glaube ich mir so gut mein gott david mein david jetzt machen wir nicht kraft noch weniger kraft ich hab da noch ich hab's geschafft wir sind auch zum ziel gekommen auf welcher platz bin ich auf 27 von 30 wir sind gut wir sind gut ja man wir bekommen schon voll wir bekommen schon voll das dicke geld 0 euro was du schweine ja gut voll du schweine du schweine du schweine du schweine du schweine du schweine du schweine